Dass sie, die sie in der Regierung haben, und dass sie korrupt sind, mit der Creme organisiert, diese und das Schwarz des Giftes. Ta ist für diese Position. Und dann gab es ein Snarling, und dann gab es ein Snarling, und um mir zu sagen, ich habe ein Das, und ich möchte meinen Verstand zerreißen, also den Ort selbst. Ich habe ein Das, und ich werde ein Ki haben, mit meinem Veselin Kadri, mit Ramush Haradinaich und mit Fatmir Limaych. Kommt das mit einem? Ist es eine Stimme, dass dies mit einer kommt? Ist das die P1? Es ist eine Pandemie, der Arsch ist der Teich. Was ist mit den Hosen, ihre Eitelkeiten für Dure? Und das taten sie? Issa Mustafa, Ramush Haradinain, Kadri Veseli, Fatmir Limayin, die Eitelkeiten im Podium. Warst du in der Vergangenheit? Ich bin ein Binkurti. Die Eitelen zusammen, die Eitelen zusammen, die Eitelen zusammen, die Eitelen, die Eitelen, die Onkel, die, die dich sauer machen. Dann war er in der TH und dann war er ein bisschen ein.